Mh, 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 Mh. Hallo Leute und willkommen zurück bei Let's Play Minerva Metastasis. Hahaha, geil. Ähm, wir sind letztes Mal hier und haben uns durch etliche Super-Monster, nein Quatsch, Super-Kombine-Horden, da durchgekämpft, sind wir jetzt hier. Und sind gerade eben durch die Gaskammer gekommen. Ja, und irgendwie soll hier nichts biologisches los sein. Nach was sieht denn das hier aus, bitte? Das sieht eklig aus. kaum biologisch hier der wird wahrscheinlich nur wieder verarschen das ist ein Knopf gewesen ich weiß ich guck mich nur ein bisschen um runterfahren okay wer wird sterben wird sterben wer wird sterben wer wird sterben wer wird sterben wer wird sterben was hattest du gemacht wenn in Wirklichkeit hochgefahren wärst okay die wollen sterben das ging ja ganz laut nein nein schon wieder eine Gaskammer aber ich glaube ich weiß was jetzt passiert dieses dumme Ding da rechts oben ja das jetzt kriege ich irgendwie die Superwaffen wie in Episode 1 mit dem Gravitron alle meine Waffen werden voll gesupert hier ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nur umgucken was passiert hier du willst sterben gib mir meine Waffen wieder ich hab gar keine Waffen mehr nein sie geben mir meine Waffen natürlich da kannst du durchgehen du kannst dich glücklich schätzen es ist mir gelungen die Signatur deines Anzugs zu unterdrücken bevor das Überwachungs- und Abrüstungssystem unserer Medusa entschied ihn aufzulösen deine Waffen haben das Ganze aber nicht so gut überstanden versuch so schnell wie möglich eine offene Waffenkammer zu finden und greift irgendwas das für den Einsatz in dieser mysteriösen Hölle besser geeignet ist eine Warnung alles was runterfällt wird aufgelöst der vorübergehende Energiebedarf des Systems ist wirklich sehr erstaunlich cool okay sehr interessant die Mod bis jetzt so stirb Scheiß äh ich würde sagen rechts Schalter Waffenkammer da ist die Waffenkammer exakt hier ist keine Waffenkammer aber da kannst du dich aufladen hier ich kann mich super aufladen geil ich kann mich super aufladen wir wollen mit einem Laden speichern mit einem Speichern laden was hältst du davon naja nein ich hab ja nicht die muss nicht aufladen super auf den Knopf drücken nein Waffenkammer wie denn hallo dies zu oh shit okay dann nein 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 wir lassen das nicht zu runterfahren los das ist ganz schön weit unten warte mal ich muss mal kurz hier schneiden super es geht wieder weiter ich war kurz weg ich hatte kurz was zu tun Tobi ja gut super Aufnehmung super Aufnehmung was ist denn das da steht irgendwie so ein Typ mit dem Laser und spackt ab ja das ist so ein na wie heißen sie Stalker ja Arugio Brau lass es mhm 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 da himmst du ok dann halt nicht hier hier wie weit denn noch äh cool die Waffenkammer ist zu aber es dauert ewig bis du runterfährst es macht mir Sorgen schneidung bis wir unten angekommen sind ah ne jetzt lieber nicht weil jetzt fängt irgendwie alles an abzuspacken nein oh mein Gott da war dieser Super Combine Super Soldier Super Soldier Super Murby kriege die Map Möp 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 Super Aufzug Abspack Komm Möp Möp Wie Jetzt will ich in die Waffenkammer irgendwie Wow Bäh Super Ab Atom Schau hoch Das ist der Schacht dem wir von der Oberfläche ausgefolgt sind gesäumt von Maschinen die gewaltige magnetische Wälder erzeugen um einen unbeschreiblichen Strahler und Sonnenenergie zu bündeln und zu lenken pumpt der Schacht finstere Lebensenergie in das mechanische Weg der Combine gehe durch diese Tür das sind ausgezeichnete Daten und ich wäre aufrichtig bestürzt wenn das Sammeln von Daten nun ein Ende finden würde ok guck mal da spackt irgendeiner ab da nein ich mache hier mal die super Speicherung sammle die Daten super Aufladung und danach super Datensammlung super Knopf drücken damit das hier endlich irgendwie aufgeht oder irgendwas aufgeht mir zumindest da hängen so Typen ja so soll ich wahrscheinlich die Waffenkammer verteidigen oh nein nicht du nein stirb stirb du kannst mich nicht treffen denn ich bin super heftig wow hier hier ich sollte irgendwie zurückgehen oder so ja nein hier komme ich her ich muss hier lang nein hier komme ich her super Abspackung ich habe wahrscheinlich den Knopf gedrückt um das da hinten aufzumachen ja Stalker die hier super mit Lasern abspacken was geht hier ab ähm okay soweit wir keine Waffen haben stehen an jeder Ecke alle möglichen ähm Automaten ah super Stalker ihr könnt mir nichts tun scheiße die können mir doch was tun die Laser tun nämlich weh scheiße nein memory map Knopf drücken und vor den Stalkern verstecken was war auf ich glaube ich muss nein 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 immer berlin du kannst durchrennen das macht nicht so viel Schaden wenn jeder zurück nein du hast nein du hast was anderes ihr könnt mir nicht tun wir können mich nicht aufhalten ich bin super Chainsaw aber ihr könnt mich nicht aufhalten jetzt schnell zurück zur Waffen kann man vielleicht ist ja jetzt offen geht weg ihr könnt mir nichts tun doch können sie scheiße geht weg nein ich lasse es nicht zu ich bin so nein hier ist zu scheiße ähm geht weg nein lass mich in Ruhe äh renn ich renne doch schon ich renne schon wie ein verrückter ja da ist es auf es hat scheiße lange gebraucht um aufzugehen aber was ist das für ein scheiß aber Rindmann nein da lang geht auch nicht schöne Waffenkammer mit schön alles mögliche nein scheiße okay was jetzt ich habe meine super Taschenlampe noch das finde ich doch mal super geil geil scheiße cooles Labor es geht nicht kaputt nein 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 da ist aber Munitionskiste gewesen ich weiß und da konnte ich nicht rein jetzt irgendwie ah doch aha ich hab's ich muss mich vor der scheiß Kamera verstecken super hinter der Kistenversteckung vielleicht merkst du das nicht ähm ich würde sagen wir müssen mal aufhören ja Zeit schon vorbei ja die Zeit ist schon außerdem ist die Kamera an irgendein Kabel angeschlossen aha da die Kisten stapeln die Kisten stapeln und das rausziehen das reicht noch nicht äh da muss dann der zweite her zwei stapeln eine um rauf zu kommen exakt ein bisschen Zeit haben wir ja noch nein nein ich hasse das die Physik Engine ist viel zu gut wir sehen uns beim nächsten Mal einfach meine Freunde okay gut tschüss bis dann ciao